Exoplaneten überraschen uns immer wieder auf neue Weise. Schauen wir uns einmal dieses interaktive Diagramm an. Es zeigt Exoplaneten in Licht und Ton, chronologisch beginnend mit der ersten bestätigten Entdeckung im Jahr 1992. Der gesamte Nachthimmel wird zunächst komprimiert dargestellt, wobei das zentrale Band unserer Milchstraßengalaxie ein riesiges U bildet. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der Punkte auf der Karte gewachsen, wenn auch sehr langsam. Im Jahr 2000 bestätigten die Wissenschaftler die Existenz von nur 35 Exoplaneten. Jetzt sind es mehr als 4000. Mit dem Start der NASA-Weltraumteleskope Kepler und TESS im Jahr 2009 gelang den Astronomen einen Durchbruch. Sie suchen nach extrasolaren Welten mit der Transitmethode, bei der die Veränderung der Helligkeit eines Sterns aufgezeichnet wird, wenn der Planet an ihm vorbeizieht. Es existieren einige sehr seltsame und geheimnisvolle Transitwelten. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Ich werde Ihnen von einem Teenagerplaneten und einem Chamäleonplaneten erzählen. Aber wir fangen mit einer erstaunlichen Welt an, die Seite an Seite mit einem Todesstern überlebte. WD 1856b im Sternbild Drachen ist seinem Stern bei weitem entwachsen. Natürlich sind Sterne im Vergleich zu Planeten normalerweise überproportional groß. Der Radius der Sonne ist zum Beispiel mehr als 100 Mal größer als der der Erde. Für den Exoplaneten WD 1856b, der 80 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, gilt genau das Gegenteil. Er ist sieben Mal größer als sein weißer Zwergstern. Stellen Sie sich einen Volleyball vor, der einen Tennisball umkreist. So würde dieses Weltraumpaar aussehen. Im Jahr 2020 gab ein internationales Team von Astronomen die Entdeckung des Planeten durch die Weltraumteleskope TESS und Spitzer bekannt. Er umkreist den weißen Zwerg WD 1856 plus 534, der sich in der äußeren Umlaufbahn eines dreifachen Sternsystems mit zwei roten Zwergen befindet. Ein kalter weißer Zwerg strahlt fast kein Licht ab, was es schwierig macht, Himmelskörper in der Nähe zu entdecken. Im Jahr 2020 zeigte eine Transitanalyse, dass WD 1856 plus 534 einen Gasriesen hat. Er ist etwa so groß wie der Jupiter und 14 Mal schwerer. Der Riese bewegt sich buchstäblich Seite an Seite mit seinem Miniatur-Wirbsstern. Die Entfernung zwischen dem Stern und dem Planeten beträgt etwa drei Millionen Kilometer. Es überrascht nicht, dass WD 1856 b den Zwerg in nur anderthalb Tagen umkreist. Das ist 60 Mal schneller als Merkur die Sonne umkreist. Vor etwa 10 Milliarden Jahren war er ein heißer, gelber Zwerg wie die Sonne. Im Laufe von Milliarden Jahren seiner Evolution hat der Stern einen erheblichen Teil seines thermonuklearen Brennstoffes verloren. Dann wuchs er um das Tausendfache und verwandelte sich in einen kälteren, roten Riesen. Als er wuchs, musste er die nahen Planeten seines Systems verschlucken. Eine weitere Milliarde Jahre lang verdampften die äußeren Schichten des Riesen ins All. Infolgedessen verlor der Stern bis zu 80% seiner Masse. Der verbleibende heiße Kern ist der weiße Zwerg. Wissenschaftler glauben, dass WD 1856 b mindestens 50 Mal so weit von seinem heutigen Standort entfernt entstanden ist. Dabei war er außerhalb der Reichweite seines übergroßen Sterns. Aber wie kam WD 1856 b dann so nahe an seinen Stern? Es gibt mehrere Hypothesen, die dies erklären können. Das wahrscheinlichste Szenario geht von der Existenz mehrerer Jupiter-großen Gasriesen in der Nähe von WD 1856 b aus. Deren Gravitationskräfte können das Planetensystem destabilisiert und WD 1856 b in Richtung des Sterns gedrückt haben. Befürworter der zweiten Theorie vermuten, dass die Sterne schuld sind. Wie bereits erwähnt, gibt es neben dem weißen Zwerg noch zwei weitere rote Zwerge in diesem System. Vielleicht hat ihre kombinierte Gravitationskraft die Umlaufbahn des Planeten im Laufe der Zeit verändert und ihn in Richtung seines Sterns gedrängt. Vielleicht ist auch ein fremder Stern daran schuld? Solche Weltraumwanderer sind nicht durch die Schwerkraft an eine Galaxie gebunden und wandern einfach durch fremde Welten. Wenn ein solcher Eindringling das System von WD 1856 destabilisiert hat, könnte der Planet seine Umlaufbahn geändert und sich dem weißen Zwerg genähert haben. Weiße Zwerge sind wegen der starken Anziehungskraft der superdichten Kerne gefährlich. Die schiere Schwerkraft eines solchen Todessterns könnte Himmelskörper in der Nähe auseinanderreißen. Was hat WD 1856 b davor bewahrt, einen so schrecklichen Tod zu erleiden? Die Astronomen hoffen, dies herauszufinden, nachdem sie neue Daten gesammelt und ausgewertet haben. Das kürzlich gestartete James-Webb-Teleskop könnte mehr über GJ 1132 b im Sternbild Segel enthüllen. Der Exoplanet hat es geschafft, in der Nähe des jungen heißen Sterns GJ 1132 zu überleben. Genau wie ein Chamäleon musste der Planet sein Aussehen verändern, um zu überleben. Darüber hinaus ähnelt dieser einzigartige Transformer gleichzeitig fünf Himmelskörpern des Sonnensystems. GJ 1132 b liegt 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Zu Beginn ähnelte er Neptun. Sein Durchmesser war damals um ein Vielfaches größer als der der Erde. Was bedeutet, dass er von der Größe her als Sub-Neptun angesehen werden könnte. Der Gasplanet war von einer dichten Atmosphäre umgeben, die reich an Wasserstoff und Helium war. Durch die intensive Strahlung eines jungen Sterns verlor er nach einigen Milliarden Jahren seine Atmosphäre. Der rote Zwerg hat es geschafft, seinen Planeten auf seinen nackten Kern zu reduzieren. Nach und nach wurde er zu einer Supererde mit 1,66 Erdmassen und einem Radius, der nur um 13% größer ist als der unserer Erde. In vielerlei Hinsicht sind sich die Erde und der Exoplanet recht ähnlich. Sie haben beide die gleiche Dichte und sind etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Früher hatten beide eine wasserstoffreiche Atmosphäre. Sie waren heiß, bevor sie sich abkühlten. Astronomen gehen sogar so weit zu glauben, dass GJ 1132b und die Erde den gleichen atmosphärischen Druck haben. Sie zögern jedoch, den Exoplaneten als Zwilling der Erde zu bezeichnen. Zunächst einmal haben sich diese Welten auf völlig unterschiedliche Weise gebildet. Die Erde gilt nicht als der überlebende Kern eines Sub-Neptuns. Darüber hinaus umkreist unser Planet seinen Stern in einem komfortablen Abstand. Und der heiße GJ 1132b befindet sich sehr nahe an seinem roten Zwerg. Seine Umlaufzeit beträgt nur eineinhalb Tage. Der Exoplanet hätte an der Hitze seines heißen Sterns sterben können. Seine dichte Atmosphäre hat ihn gerettet. Aber woher hat er seine neuen Kleider? Wissenschaftler vermuten, dass GJ 1132b einen Teil des Wasserstoffs der ursprünglichen Atmosphäre im heißen Mantel und im Magma versteckt hat. Das Gas wird nun durch vulkanische Aktivität langsam freigesetzt und bildet eine neue Hülle. Dies ist das erste Mal, dass Wissenschaftler einen Planeten mit einer vermeintlich sekundären Atmosphäre entdeckt haben. Darüber hinaus ist die Oberfläche von GJ 1132b günstig für Vulkanausbrüche. Es gibt außer einer hügeligen Wüste keine Berge. Die Astronomen glauben, dass die Schwerkraft eines anderen Planeten in diesem System diese Wüste in viele kleine Teile gespalten hat, sodass die Oberfläche des Exoplaneten einer zerbrochenen Eierschale ähnelt. Es scheint, dass durch diese Risse ständig Gase auftreten und die Atmosphäre auffrischen. Fast das gleiche geschieht auf Jupiters Trabanten Io, wo ständig Vulkane ausbrechen. Dies ist, auf das gravitative Tauziehen zwischen Jupiter und seinen Nachbarsatelliten zurückzuführen. In Bezug auf die atmosphärische Zusammensetzung ähnelt GJ 1132b auch einem anderen Satelliten des Sonnensystems. Er enthält vermutlich Wasserstoff und Methan, sowie einen Aerosoldunst aus Kohlenwasserstoffen, ähnlich dem Smog auf der Erde. Diese geisterhafte Welt ist in einen dichten Smog gehüllt. Der neblige Anblick des Planeten ist mit dem Saturn-Trabanten Titan vergleichbar. Wissenschaftler ist es bereits gelungen, hinter den rauchigen Schleier dieser Welt zu blicken, die kälter ist als GJ 1132b. Im Jahr 2005 brachte die NASA-Raumsonde Cassini eine Sonde zu diesem Satelliten und übermittelte die echten Bilder von Titan. Sie können sie gerade sehen. Astronomen hoffen, in Zukunft neue Weltraummissionen zu wagen, um durch den Nebel des fernen GJ 1132b zu blicken. Die Wissenschaftler müssen noch viele weitere Geheimnisse der neuen Welt ergründen. Bitte vergessen Sie nicht, auf Gefällt mir zu drücken, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat.